Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit einem Mock-Draft von jemand anders, und zwar von Adrian Franke. Wir gucken uns gleich den Mock an, wir gucken uns gleich die Bedingungen an, wir gucken uns gleich, wer Adrian Franke ist, falls ihr das nicht wisst. Aber vorher, ich bin zur Zeit am Überlegen, ob ich den Kanal umbenenne. Beziehungsweise, ich hab mich relativ entschieden, dass ich den Kanal umbenenne, weil NGG, für die, die es nicht wissen, steht slash Stunt für NFL-Guru Germany. Und irgendwie, also es war von Anfang an nicht ernst gemeint, deswegen ist es nicht arrogant per se, würde ich sagen, aber es ist trotzdem irgendwie cringe. Ich denke eher, oder beziehungsweise, ich hab mit Fabrice ein bisschen gebrainstormt, ich denke in Richtung Kürbisfootball. Fabrice denkt eher in Richtung irgendwas cooler Klingendes, wie JDs Timeout oder irgend sowas. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare, unter dem Video und am nächsten, was auch immer. Ich garantiere nicht, dass ich die Idee von einem von euch nehme, aber falls ich die Idee von einem von euch nehme oder falls ich mich sehr inspirieren lasse von einem von euch, dann würde der eine Tab Holy von mir kriegen. So, ansonsten, wer ist Adrian Franke? Viele von euch werden ihn vermutlich sowieso schon kennen. Für alle anderen, hier nochmal kurz ein Teil aus seiner Twitter-Bio. Adrian Franke ist Mann von Adjanina Rebecca. Das ist für uns vermutlich eher irrelevant, aber für ihn vermutlich ziemlich relevant. Ansonsten, das für uns Relevantere ist, dass er der NFL-Ressortleiter für Spox ist und NFL-Kommentator bei DAZN und dazu dann noch Teil des Downset Talk Podcasts. Hat auch ein Buch geschrieben, das haben manche von euch vielleicht auch gelesen. Und ansonsten, ich nehme an, die meisten von euch werden ihn kennen von DAZN, falls ihr ihn kennt. Wenn nicht, dann könnt ihr mir vielleicht auf Twitter folgen oder sowas. Sehr aktiv, sehr viele Meinungen, sehr interaktiv. Also, wenn ihr Bock drauf habt, let's go. Alright, wir sind hier bei Spox.com und wir haben Mock-Draft 2.0, Rodgers, neuer Receiver, neuer Quarterback für die Seahawks. Von Montag, 4.4., also von heute. Wir sind super aktuell. Ich habe einen Tweet gesehen auf Twitter, überraschenderweise. Von jemandem, der gesagt hat, hey, JD, da würde ich gerne deine Reaktion drauf sehen. Ich habe gedacht, yeah, fuck it, why not? Deswegen sind wir hier. Ihr seht es hier von Adrian Franke. So. Badam, badam, badam. Was, wenn am Ende doch mehrere Teams früher einen Quarterback draften, wenn die Verzweiflung auf der Position am Ende alles andere überwiegt? Der zweite Mock-Draft vom Spox-Redakteur Adrian Franke deckt dieses Szenario ab und unweigerlich rutschen mehrere gute Spieler dadurch ab. Ich weiß jetzt nicht genau, ob quasi das Prozedere war, dass sie gesagt haben, okay, was ist, wenn wirklich viele Quarterbacks früh gehen und er an dem Gerüst quasi dann seinen Mock-Draft aufgebaut hat oder an dem Gerüst seinen Mock-Draft ausgerichtet hat oder ob das einfach zufällig bei seinem Mock-Draft passiert ist und das ist jetzt das Szenario, als was sie es darstellen. Ist aber auch relativ egal. Wir gucken uns das Ganze mal an. Auf 1 geht es los mit Aidan Hutchinson, Edge aus Michigan, inzwischen der, ja, Consentious-Pick, also fast alle sagen das, in seinem ersten Mock bereits angedeutet. Alles, was sie die Off-Season gemacht haben, deutet darauf hin, dass Hutch der Pick an 1 ist. Kann ich verstehen, gerade in der Free Agency natürlich auf O-Line gegangen, eigene Reihen oder eigene Leute gehalten. Deswegen hier, dass sie Cam Robinson doch nochmals bei Franchising, Brandon Scherf. Doug Peterson hat allerdings auch schon gesagt, dass das nicht unbedingt was heißen muss und man kann nie genug O-Liner haben und so weiter. Aber hier bin ich durchaus seiner Meinung. Ich denke auch, alles zeigt momentan auf Aidan Hutchinson. Noch dazu meinte Aidan Hutchinson selber das Interviews sehr gut gelaufen. Nicht Elite Ceiling, mal Scarlett, Nick Bosa. Floor ist extrem hoch. Ja, das ist die nächste Sache, nämlich das wird auch in meinem Edge Rush-Video kommen, falls ich das noch mache. dieses Jahr, aber ich gehe davon aus, dass ich das noch mache. Wir haben keinen Miles Garrett, wir haben keinen Nick Bosa generell in der Draft-Class, wir haben keinen Joey Bosa in der Draft-Class. Also, so, Detroit Lions, Malik Willis, Quarterback, Liberty. Jetzt geht's los. Hatte ich in meinem letzten Mock-Draft auch so, ähm, nicht mal... Jeder bringt klare Defizite und Schwächen. Detroit ist in einer ausgesprochen spannenden Situation, um gerade einen vergleichsweise rohen Quarterback für dessen Abzeit zu draften. Mit Jared Goff hat man einen Veteranen, der vorerst starten könnte. Äh, die Lions brauchen eine Offensive... Äh, brauchen, wollte ich gerade sagen. Bieten eine Offensive Line, von der die meisten hochgepickten Quarterbacks nur träumen können. Und auch die Receiver-Gruppe nimmt so langsam Form an. Äh. Plus, ich kann mir vorstellen, dass Willis und Head Coach, äh, Dan Campbell gut zueinander passen. Dass die Timeline stimmt und der Fit stimmt auch. Allerdings klingt's in letzter Zeit wirklich immer mehr so, als wären sowohl Dan Campbell als auch Brad Holmes wirklich überzeugt von Jared Goff. So schwer das auch sein mag, für alle anderen zu verstehen. Für mich auch, definitiv. Und je häufiger ich das höre, umso mehr denke ich, es kann wirklich sein, dass Detroit einfach gar keinen Quarterback draftet dieses Jahr, weil sie überzeugt sind von Jared Goff. Noch dazu, letztes Jahr hatten wir Quarterback 2 Tim Boyle und 3 David Blau und die wurden beide verlängert, ähm, obwohl sie beide theoretisch für Agents hätten werden können. Muss nichts heißen, gerade Blau hat, glaube ich, fast kein oder gar kein garantiertes Geld. Also der könnte auch einfach gecuttet werden, aber, boah, ich befürchte langsam wirklich, dass kein Quarterback im Draft zu uns kommt. Ansonsten, mit seinen Argumenten gehe ich auf jeden Fall mit. Houston Texans, Trayvon Walker, D-Line Georgia, ähm, der Hype um Trayvon Walker-Klette gefühlt immer weiter. Ja, stimmt. An dem Punkt wäre es fast schon überraschend, wenn er kein Top-5-Pick wäre, stimmt auch. Allerdings müssen wir dran denken, dass Medien-Hype und NFL-GM-Hype häufig verschiedene Sachen sind. Also bei Trayvon Walker abwarten. Denn ich bleib dabei, wenn ich Georgia-Tape vom letzten Jahr gucke, fällt er mir nicht ansatzweise oft genug auf, um ihn in der Top-5-Konversation zu haben. Das ist alles nur Prognose, weil er so krass athletisch ist. Ähm. Ist an Gerüchten, was dran sein muss. Sehr guten Scheme-Fit. Base-Rom-M. I don't know, weil Clowny ist halt nicht... Ah. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich den Scheme-Fit so fühle, aber ich glaube auch nicht, dass die Texans so ein fertiges, festes Scheme haben, dass die nach Scheme gehen müssen. Also hier gehe ich mit. Ich denke, Thibodeau ist besser, aber es kann sein, dass Trayvon Walker früher gedraftet wird. Und wir reden über Thibodeau, da ist er. So ganz sicher ist er sich bei den Jets-Picks noch nicht. Äh. Wide Receiver sicher denkbar, meiner Meinung nach zu hoch. Zweiten High-End-Edge-Rusher. Das sehe ich nämlich auch. Ähm. Thibodeau gehe ich mit. Frage ist nur, ob sie eventuell Angst hätten, dass der Corner 1 ihnen entgeht, wenn sie den nicht auf 4 nehmen. Ähm. Aber Thibodeau auf 4 gehe ich auf jeden Fall mit. Auf 5 haben wir Ikemi Kornu von den Giants oder von NC State zu den Giants. Und ich weiß nach wie vor nicht, ob es Neil oder Ikemi Kornu ist. Ich denke, Neil ist der deutlich sicherere Pick. Plus hat trotzdem eine hohe Ceiling. Deswegen, ähm. Für mich ist immer noch Neil Offensive Tackle 1. Aber freie Auswahl. Gerichte, Gerichte, der Wunschspieler der Giants-Bosse sein könnte. Er ist der vermutlich dominanteste Run-Blocker in diesem Draft. Ähm. Vermutlich der dominanteste Tackle-Run-Blocker, würde ich sagen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ex-Bills-Doppelspitze in New York aus Buffalo den Ansatz mitbringt, auf High-Upside-Spieler zu gehen. Ähm. Kann ich mir auch vorstellen. Für mich ist, wie gesagt, Evan Neil immer noch besser, aber gut. So, Desmond Ritter zu den Panthers. Das ist jetzt schon mal ein bisschen überraschend. Aber wo hatte ich Desmond Ritter? Hatte ich den zu den Hawks? Ich glaube. Ich bin mir gar nicht sicher. So viele Quarterback-Wechsel in der vergangenen Woche. Und die Panthers stehen immer noch mit Sam Donald da. Okay, ja. Desmond Ritter draftet. Kein neuer Quarterback heraus springt, der idealerweise auch starten kann. Dann sehe ich nicht, dass mit Roe und Co. zum Saisonende noch im Amt sind. Ritter gibt ihnen zumindest eine Chance darauf. Er bringt Upside mit. Ja, das Ding ist nämlich, wenn du einen Rookie-Quarterback jetzt draftest, selbst wenn die Panthers, sag ich mal, nicht in die Playoffs kommen, wenn der Rookie-Quarterback gut genug aussieht, kann es sein, dass der Roe damit noch ein Jahr kauft. Ähm. Und ich gehe auch mit, wenn die hier nicht Desmond Ritter draften, dann muss irgendwer per Trade kommen. Dann muss es entweder Mayfield oder Garoppolo sein. Alles andere ist Quatsch. Wenn die hier keinen Quarterback holen auf sechs. Ob es dann Ritter ist, weiß ich nicht genau. Einfach weil der von der Armstärke her sehr limitiert ist. Ähm. Aber der ist, der ist super genau, was ihm manchmal abgesprochen wird. Und da habe ich ein bisschen das Gefühl inzwischen, ich weiß gar nicht, nicht, dass ich jetzt hier irgendwen beleidige. Besser in einem konstanten Pocket. Okay, hier steht nichts dazu. Gut, nicht, dass ich jetzt aus Versehen Adrian Franke beleidige. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute einfach sehen, oh, schwarzer Quarterback, der kann ja nicht so genau sein. Der kann nicht so akkurat sein. Und das ist irgendwie Trash, weil Desmond Ritter echt ziemlich akkurat ist. Der sieht manchmal einfach Leute in Coverage nicht und wirft deswegen dumm. Aber der Ball kommt meiner Meinung nach dahin, wo er hinkommen soll bei ihm. Halt nur nicht mit so viel Zip, wie man es gerne hätte. Ähm. Ja, okay. Sieben. Sauce Gardner, da ist er nämlich. Äh, zu den Giants. Giants, also mit Tackle und Corner, sehe ich, dann wäre Bradbury vermutlich weg in dem Szenario. Die Gerüchteküche verdichtet sich, dass die Giants sich noch von James Bradbury trennen werden. Jawohl, das meine ich doch. Und dass sie Gardner sehr, sehr mögen. Absolut logisch, weil jeder mag Gardner. Ähm. Don Martin, der mir eine gute Corner braucht. Yes, Sir. Ich weiß nicht, ob man hier eventuell sogar Richtung Hamilton denkt. Ähm. Gerade weil Long Ryan weg ist und, äh, Gibralt Peppers. Ich wollte gerade fast schon wieder, äh, Julius Peppers sagen. Mann, Mann, Mann. Aber ja, die beiden auf jeden Fall könnte man Richtung Hamilton gehen. Ich nehme an, bei Adrian Franke ist er gefallen wegen Longspeed-Bedenken. Aber da werden wir dann auch drauf, äh, zu sprechen kommen. Nach wie vor vorstellen, dass Stingler mehr Upside hat. Ja, aber nicht, nicht, ich würde nicht sagen, dass Stingley so krass viel mehr Potenzial hat als Gardner. Und der Floor von Gardner ist viel höher. Deswegen sehe ich den auch absolut als Corner 1. So, Drake London auf 8 zu den Falcons. Auden Tate, Alameda Zaccheaus, Christian Blayton, Kadera Hodge. Ähm. Ja, das ist, das ist tatsächlich kritisch. Aber ich glaube, Traum für die Falcons, wenn sie wirklich Receiver draften wollen, würden, wäre hier runter zu draften. Äh, runter zu traden. Problem ist, wer will hoch? Für wen? Nächster Quarterback eventuell, um die Seahawks zu überspringen. Äh, glaube ich aber auch nicht, wenn zwei schon weg sind, dass irgendwer so hoch klettert für den dritten Quarterback. Ähm, tradet jemand hoch für Carl Hamilton? I doubt it. Deswegen kann sein, dass sie das theoretisch machen wollen, würden und nur einfach nicht runterkommen. Nach wie vor kein Freund von Drake London. Und ich bin der Meinung, schon mal gesehen zu haben, dass Adrian Franke super high ist auf ihm. Ähm, äh, aber das steht hier, steht hier auch nicht so wirklich drin. Er meint, er kann sich Gary Wilson vorstellen, okay. Werbung, 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 Werbung. Oh, wo geht's weiter mit dem Mock? Ach so, hier, echt im Kopf. Ich wollte gerade sagen, Moment, was denn hier passiert jetzt? Ähm, kurz Pause machen. So. Seattle Seahawks via Broncos. Trevor Penning Offensive Tackle Northern Iowa. Das wäre auch wieder so ein typisches NFL-Ding, dass sie sich die ganzen letzten Jahre beschweren, so von wegen, ah, keiner holt hier O-Line für Russell Wilson und dann ist Russell Wilson weg und man holt direkt O-Line. Ähm, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob Penning hier unbedingt... Moment mal. Moment mal kurz. Bin ich lost oder geht Penning hier gerade über Neil weg? Oh! Das ist, das ist irgendwo zwischen Mutig und Blasphemie. Nein, aber Trevor Penning kann schon sehr, sehr guter Offensive Tackle sein. Wo kommt der Evan-Neil-Held her auf einmal, Alter? Das ist ein bisschen wie bei Thibodeau. Also, einfach kein Grund und auf einmal fallen dir die Draftballs runter. Das ist crazy, ja. So, Jets auf 10. Jameson Williams, White Receiver. Ähm, Jets werden dieses Jahr vermutlich nicht angreifen. Heißt, es ist voll okay, einen Quarter-End, einen Receiver zu holen, der erstmal ein bisschen, ähm, ein bisschen Pause braucht. Doch, obwohl das Ding ist so aktiv, wie man ihn sich jetzt schon bewegen sieht, kann ich mir sogar bei Jameson Williams vorstellen, dass er Anfang der Saison direkt topfit ist, ne? Deswegen alles merkwürdig. Garrett Wilson zu Ohio... äh, zu Ohio State. Genau. Von den Washington Commanders zu Ohio State gedraftet. Wilson macht das Ganze mal. Andersrum. So. Ähm. Lässt Washington Kyle Hamilton liegen? Das ist die Frage. Lässt Washington Evan Neal liegen? Das ist die andere Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ja, White Receiver an sich nicht, nicht zu, also nicht unrealistisch für Washington, aber wenn das Board so fällt, wie es jetzt hier gerade fällt, da bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir nicht sicher. Nicht auf jeden Fall, aber so? Derek Stingley zu den Vikings, das ist, glaube ich, gefühlt das, was ich am häufigsten in allen Mock-Drafts gesehen habe. Derek Stingley an genau dieser Position zu den Vikings. Egal, ob das dann als Corner 2 ist, ob das als Corner 1 ist, ob das als Corner 3 ist, immer Derek Stingley zu den Vikings. Schwer ist halt, Vikings komplett neue Führungsetage, weiß man nicht genau, wie die draften, aber da muss ich nicht viel zu sagen. Das ergibt eigentlich schon zu viel Sinn. So viel Sinn, dass es vermutlich passieren wird, dass Derek Stingley da ist für die Vikings und ihn dann trotzdem nicht draften, einfach, weil alle sich sicher sind, dass sie Derek Stingley draften. Das wäre wieder so ein Ding. Houston Texans auf 13 mit Evan Neal. Wenn das passiert für die Texans. Jesus. Guard. Warum Neal als Guard? Das sehe ich zum Beispiel gar nicht. Das sehe ich nicht. Weil Puck ihn auf Tackle, so Tackle ist viel wichtiger und der sagt selber sofort ein Upgrade geben. Also, ja, Texans könnte alles passieren, aber ich mag Lovie Smith eigentlich und der würde so einen Quatsch, glaube ich, nicht machen. Baltimore Ravens, Jordan Davis fühle ich sehr. Hatte ich, glaube ich, auch in meinem letzten Mock? Egal, bin mir nicht sicher. Ist ja ein Three-Down-Player. Wie viel Upside als Pass-Rusher hat er? Upside als Pass-Rusher hat er definitiv alleine durch Athletik, haben wir gesehen. Vikings an 12, der Sweet Spot. Minnesota, Houston, Baltimore, Chargers. Ja. Ich habe jetzt letztens schon irgendwo gesehen, wo war denn das? Ach, bei der SB Nation-Seite von den Eagles. Wie heißen die? Bleeding Green oder irgend sowas? Die meinten, das wäre schon ein Stretch, dass er aus den Top Ten rausfällt. Aber ehrlich gesagt, ich sehe eigentlich nicht, dass er in den Top Ten gedraftet wird. Also, mal gucken. Kyle Hamilton auf 15 zu den Eagles. Schwierige Projection für den Draft. Safety selten so hoch vom Board gehen. Ist recht sportlich. Das Ding ist, ich glaube, dass Hamilton super davon profitiert, von sowohl einem Minka Fitzpatrick als auch gerade einem Derwin James. Weil Derwin James jetzt im Nachhinein natürlich viel zu spät gedraftet wurde. Und da ist die Prognose ähnlich bei einem Hamilton. Und ich glaube, dadurch profitiert er. Dadurch wird er früher als 15 gedraftet. Enttäuschende Zeit beim Pro Day. Fühle ich. Nicht mehr als Top Ten-Kandidat. Ah, das Ding ist, es gab da so einen Artikel, wo war der? War der Sports Illustrated oder war der Athletic? Oder irgendein Artikel, der rausgekommen ist vor gar nicht allzu langer Zeit in einem unbekannten Land. Dass der Safety-Wert sehr, sehr hoch geht und dass man den früh draften kann. Und ich glaube, der WAR-Wert von PFF bestätigt das sogar, aber ist auch egal. So, Trade. Die Packers traden hoch von 22 auf 16, um Traylon Burks zu draften. Keinen von den Ohio-Boys. Ich sehe immer Ohio State zu Packers. Jetzt ist es hier Arkansas, Traylon Burks. Andere Typ-Receiver. Was aber, glaube ich, ganz cool ist, weil ich meinte, in dem Packers Traum-Draft habe ich schon gesagt, ich würde es gar nicht so fühlen, wenn du jemanden draftest, mit dem primären Gedanken, ihn in den Slot zu stellen, während man gleichzeitig noch Mario Rogers hat, weil ich den gerne im Slot sehen würde. Deswegen, Traylon Burks, fühle ich als fit auf jeden Fall. Beuteschema, was Größe und Gewicht angeht. Ja, weiß ich jetzt nicht so, ob man da unbedingt mitgehen muss. Ja, aber insgesamt fühle ich. So, nächste Seite. Gott, wie verwirrt ich war nach der ersten Seite. Ich dachte, das kommt alles untereinander. Und auf einmal war die Seite vorbei. So, L.A. Chargers. Charles Cross Offensive Tackle. Ja, klar, letztes Jahr Dingsbums gedraftet und jetzt den für die andere Seite. Das ist auch ein Ding. Sorry, ich will die Werbung hier nicht sehen. Das ist auch ein Ding, was eigentlich relativ auf der Hand liegt. Also, hier muss man nicht viel drüber reden. Ergibt komplett Sinn, wenn Charles Cross noch da ist an der Stelle. Let's go. Ich nehme auch an, die würden Penning gerne nehmen. Aber vielleicht hätten die sogar lieber Charles Cross als Penning. Deswegen, gerade wegen Alter zum Beispiel auch, aber egal. Saints. Auch hier sehe ich gefühlt. Saints und Packers sind die beiden Teams, wo ich immer die Ohio State Boys sehe. Chris Olave ist es jetzt hier sogar vor. Garrett Wilson. Crazy. Aber ja, Wide Receiver zu den Saints ist auf jeden Fall wichtig. Let's get Jameis some help. Bin ich voll dabei. Jermaine Johnson. Zu den Eagles. Auch das ist ein Fit, den ich relativ häufig sehe. Egal auf welchem von den Eagles Pickups. 15, 16, 19 ist. Ähm. Ich denke weiter an, dass die Eagles einen weiteren Top-Edge-Rusher suchen. Das ist nämlich das, was mir in meinem Eagles-Traum-Draft aufgefallen ist. Viele projecten Edge in der ersten Runde zu den Eagles. Ich sehe den Need nicht wirklich. Josh Sweat hat in seiner Backup-Rolle super gespielt letztes Jahr. Derrick Barnett ist zurückgekommen. Raddick kommt als hoffentlich primär Edge-Rusher. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt wieder anfangen, ihn irgendwie, ähm, off-spielen zu lassen. Ähm. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so als krass ein Need ansehe. Aber auf 19, Jermaine Johnson ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut. Und der Satz hier ist vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben. So. Sorry dafür. Da bin ich wieder. Mein, äh, Soundaufnahmeprogramm ist gerade abgestürzt. Egal. Auf jeden Fall. So dominant gewesen in den ersten zwei Tagen, dass er sich einfach gedacht hat, äh, muss ich jetzt nicht mehr weiter trainieren. Da muss ich auch das Spiel am Ende nicht mitspielen. Äh. Brauchen wir nicht. Deswegen, äh, ist schon, schon absolut gut, ihn auf 19 zu kriegen. So. 20, Matt Corral zu den Steelers. Pittsburgh bleibt definitiv ein Uptrade-Kandidat. Sollte einer ihrer Wunsch-Quarterbacks. Und hier sehe ich Willis nach wie vor weit vorne. Ja, das ist halt das Ding, was schon, schon ewig im Raum steht. Steelers und Willis, auch ein bisschen totgeredet inzwischen. Und ich glaube, inzwischen ist der so krass außer Reichweite. Es sei denn, die sind wirklich so verdammt hoch auf ihm, dass sie auf fünf hochtraden oder so was, oder vier. Ähm. Und ich denke, du hast viele Kandidaten in diesem Top-Fenster, die gerne runter traden würden. Selbst wenn es so weit ist, dass es auf 20 ist. Aber das wäre trotzdem vermutlich relativ teuer. Matt Corral auf jeden Fall zu den Steelers. Ähm. Für das Gegenteil ist Quarterback von Biggity Ben. Deswegen wäre das auf jeden Fall interessant. Devin Lloyd zu den Patriots. Ähm. Ja, Cornerback wäre eine logische andere Option. Das denke ich nämlich auch. Gerade weil wir erst zwei Cornerbacks haben weggehen sehen. Auf der anderen Seite, erster Off-Ball-Linebacker. Devin Lloyd. Weiß ich nicht, ob New England das gerne machen würde. New England ist halt auch so ein Team, wo du eigentlich jedes Jahr Geld drauf wetten müsstest, dass sie nach unten traden. Aber am Ende hätten sie einen guten Spieler. Für 21 Values auf jeden Fall da. So, die Eagles sind herunter getradet mit den Packers. Mit dem ersten Packers-Pick. Ähm. Trent McDuffie. Andere Seite von Slay. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Ich weiß nicht, ob Philly so viel Bock auf Zone hat. Weil wenn nicht, dann fühle ich McDuffie nicht. Es sei denn, die spielen dann dieses Patriots-Combo-Coverage-Ding, wo du quasi Man auf der, also wenn du Kombo wirklich hast, Man auf der einen Seite und Zone zu anderen rotiert. Aber das kannst du halt auch nicht immer machen. Deswegen schwer. Ähm. Corner sehe ich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob eventuell Booth drüber wäre. Oder Elim. Oder vielleicht sogar, wenn du bei Washington bleibst, Gordon. Aber das ist eine andere Sache. So, George Kalefters zu den Cardinals. Je mehr ich Cardinals vom letzten Jahr geguckt habe. Ich habe vorhin gerade zufällig, oder gestern Slash vorhin, das Lions-Spiel vom letzten Jahr noch mehr geguckt. Ich glaube, Receiver ist hier definitiv eine Option. Corner natürlich. Corner wird sowieso immer gemockt. Ähm. Aber er schreibt hier gerade, er denkt zunehmend weniger, dass Arizona auf einen Corner geht. Ich weiß eigentlich nicht, ob du ehrlich gesagt mit Superbowl-Ansprüchen mit Marco Wilson als Corner reingehen kannst. Jeff Gladney, hä? White Receiver oder D-Line ist ein Tipp. Ja, da gehe ich mit. White Receiver, D-Line. Aber ich würde Corner nicht so ausklammern wie er. No. Canyon Green, Texas A&M. Ich glaube übrigens, hier wäre eigentlich ein Spot für Ojabo gewesen. Aber jetzt mit der Verletzung, äh. Canyon Green zu den Cowboys auch relativ klar. Die würden sich vermutlich auch freuen. Wenn, äh, es kann, oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn Green weg ist und Linderbaum noch da ist, dass die dann sagen, ja, fuck it, wir nehmen Linderbaum. Ja. So, wir kommen zur letzten Seite. Ups, letzte Seite. Video Pause. Buffalo Bills. Breeze Hall Running Back. Hm. Okay, hier ist ein Hinweis nochmal, dass nicht das ist, was er selber machen würde, sondern das, was er sich vorstellen kann in Kombination mit Gerüchteküche. Ah, ich fühle keinen Running Back dieses Jahr Runde 1, wenn ich ehrlich bin. Starken Combine, Receiver-Qualitäten. Ah, I don't know. Ich, ah, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, ob es... Also das Ding ist an Bildstelle, du kannst es halt machen, weil du hast jetzt keinen so krassen Need im Team, dass du, dass es schade wäre um den Pick sozusagen. Und die können sagen, ja, ob wir den besten Running Back von der Draft-Klasse jetzt hier draften oder Mitte, zweite Runde, ist letztendlich egal. So, juckt uns nicht. Äh, vielleicht findest du keinen, mit dem du ein bisschen noch nach unten traden kannst. Und dann sagen sie halt, gut, wir gehen Richtung Super Bowl, definitiv mit unseren Ansprüchen. Wir finden quasi nicht wirklich viele Starter, die uns weiterhelfen können. Ey, vielleicht kann Breeze Hall uns weiterhelfen. So. Aber ich, ah, keine Ahnung. Das ist eine schwere Sache, schwere Sache. 26, Zion Johnson zu den Tennessee Titans. Ähm, ich seh nach wie vor eher Linderbaum auf, auf Guard. Also ich seh Linderbaum sogar auf Guard über Zion Johnson, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das geht auf jeden Fall klar. Auch wenn man hier nach wie vor über Corner nachdenken könnte. Immer noch, meiner Meinung nach, viel zu wenig Corner von Bord. Tamper, Devontae Wyatt. Vom Wert her richtig krass, den hier noch zu kriegen. Äh, Best Play Available, logisch. Müssen nicht wirklich was füllen. Da geh ich mit. Es sei denn, die wollen Running Back den Abgang von Rojo ausgleichen. Bernhard Reimann zu den Packers hab ich auch schon mehrfach gesehen. Äh, hochspannende Projection seh ich auch. Wechsel von Tight End auf Tackle und vorher schon Wechsel von Wide Receiver auf Tight End. Deswegen, der spielt noch nicht, noch nicht lange überhaupt irgendwas, was wirklich mit viel Blocken zu tun hat. Ähm. Ist wieder so ein Ding, wo sehr viel Prognose drin steckt. Aber ich würde jetzt hier auch keinen anderen Tackle unbedingt vor ihm sehen, sag ich mal, vom Floor her. Deswegen, das passt schon. Boy, Maffei, zu den Chiefs. Chiefs mit Edge kann ich mir vorstellen, so wie die Division aufgerüstet hat gerade. Ich nehme an, viele Leute werden hier einen Wide Receiver mocken. Ähm, seh ich gar nicht unbedingt. Aber es kann auch sein, dass er Wide Receiver auf 30 gegeben hat. Gucken wir mal. Ne, Jacksonville kommt wieder hoch. Okay. Hier haben wir zwei Picks. Das ist übrigens häufig so ein Ding, dass am Ende der ersten Runde noch mal Trades passieren, weil welche auch vom Anfang der zweiten Runde noch mal rein traden, weil sie einen Spieler haben, wo es sich lohnt, noch mal reinzukommen für die Fünftjahresoption. Weiß jetzt nicht, ob Tyler Linderbaum unbedingt wert ist, reinzukommen für eine Fünftjahresoption. Ähm, aber wie er schon sagt, von 33 auf 31 würde ich, oder? Moment, von 33 auf 30, oder? Fehler! Ein Fehler auf der Seite! Gut. Ähm, Ja. Ja, ja, ja. Wenn Jacksonville mit dem Pick, egal ob er hier ist oder ob er auf 33 ist, Linderbaum kriegen können, wären fest. Hawks kommen wieder rein für Sam Howell. Könnte hier sogar Sinn ergeben, wenn sie quasi über die Lions springen wollen. Wenn sie Angst haben, dass sie Lions Quarterback nehmen. Was mir jetzt gerade einfällt, ist natürlich, dass die Lions auf zwei Quarterback genommen haben. Deswegen ergibt es keinen Sinn, dass sie über die Lions springen wollen. Was allerdings Sinn ergibt, ist, dass sie reinkommen für eine Fünftjahresoption. Denn gerade für einen Quarterback ist das was, was absolut Sinn ergibt, diese Fünftjahresoption mitzunehmen. Einfach aus Geld gründen. So. Andrew Booth wäre eine Alternative gewesen. Ähm. Starker Arm, der tief gehen kann. Ja, fühle ich. Keine starke Quarterback-Klasse. Ja, okay. Ach ja, genau. Hier steht es nochmal mit der 50-Option. Und wir haben Ojabo. In der ersten Version hatte ich Trevor und Walker noch auf Nummer 2-Pick bei den Lions. Und ich denke weiterhin, dass Detroit gerne einen Edge-Trash in diesem Draft finden würde. Das Thema mit der Edge-Gruppe ist einmal mehr, dass es eine Vielzahl an verschiedenen Edge-Typen für die ersten beiden Runden etwa gibt. Etwa gibt? Egal. Und dann kommt der dramatische Drop-Off. In diesem Mock-Draft, äh, in diesem Mock haben die Lions stattdessen den Quarterback-Rounder öffnet. Und mit insgesamt drei Quarterbacks in Tom 20, Ojabo, Achilles-Lehn-Verletzung, abrutschen, vielleicht sogar komplett aus Runde 1 fallen, kann ich mir auch vorstellen. Ähm. Mittelfristige Perspektive sehe ich ähnlich wie das, was ich vorhin bei den Jets gesagt habe. Waren es die Jets mit Jameson Williams? Ich glaube. 32 ein guter Spot für Ojabo. Sehe ich auch so. Ich bin generell nicht so krass hoch auf dem, ähm, Edge-Need, wenn ich ehrlich bin. Aber das Gute ist, es ist noch Brisker da, es ist noch Hill da, ähm, Dexon Hill. Und solange wir einen von denen auf 34 kriegen, würde ich auch hier definitiv lieber den Edge nehmen, wieder wegen der Fünftjahres-Option, einfach vom Wert her. Und selbst wenn Dexon Hill dann auf 33 geht, mal mit Mason jetzt auf 33, die Chiefs, ne? Könnte sogar sein, dass die Chiefs ihn draften. Ähm, dann haben wir dahinter immer noch Brisker. Und damit wäre ich immer noch happy. Oder einem Receiver, ist mir auch egal. Deswegen, insgesamt von den ganzen Mock-Drafts, die ich gesehen habe, ähm, wir haben ja sonst häufig auf welche von, von Amis reagiert. Von Jeremiah und Bucky Brooks und Reuter und was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall der, wo ich am wenigsten Bullshit gesehen habe. Allerdings jetzt hier auch nicht sehr viel ausgefallen ist. Was man fairerweise auch sagen muss. Aber es war jetzt auch wieder halt ein Mock-Draft, wo er gesagt hat, das ist jetzt nicht das, was er machen würde, sondern, ähm, das, was er vermutet, was das Team machen würde, gepaart mit Gerüchten, die es zur Zeit gibt. Dementsprechend auch logisch, dass ich jetzt hier nicht ein Bein ausgerissen wurde mit irgendwelchen ganz verrückten Takes oder sowas von wegen, die Lions draften einen Panther auf zwei, so, ne? Ähm, deswegen, ja, fand ich gut. Hat mir gefallen. Alles klar, das war's mit der Reaktion auf diesen Mock-Draft. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.